Hey Leute und willkommen zurück. Wir sind hier im letzten stehen geblieben und ja, dann machen wir mal weiter. Oh, ich hätte einfach mein Fenster zu machen sollen. Was ist das, wenn ich die Hölle an meine Hölle an? Das war's für heute. So, das vereint seine ultimativen Jutsu. So, das ist ein Wettbewerb. Nein, das ist ok. Shit, Fehler! Mann. Es gibt noch eine weitere Stufe davon. Wie ihr seht, könnt ihr jetzt beim Namen von Sasuke da sehen, Sharingan. Das heißt, ich kann die Attacken des Gatenars kopieren. Aber ich kann nur die normalen Attacken kopieren und nicht die ultimativen Jutsus. Das ist ja auch ein bisschen komisch. Komm schon, greifen kann. Guck. Sie hier. So. Man hat aber das Sharingan nur für eine bestimmte Zeit. So. 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 Mein Name ist Rockkuri. Ich möchte dich mit uns kämpfen. Ich möchte mit dem 1.0-Ninja mit dem 1.0-Ninja sein. Ich möchte mit dem 1.0-Ninja versuchen, woher ich mich versuche. Ich möchte mich mit dem Uchiha herausfinden. Ich möchte mich mit dem 1.0-Ninja kennenlernen, Gejimayu. Hm, sei man nicht so eingefeldet, Sasuke. Ich möchte mich mit anderen. Oh, shit. Oh, ich wollte gerade ausreichen. Oh. 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 Das war's für mich. Oh, Fehler, Schiet. Na ja. Wir müssen, glaube ich, jetzt... Tod sein. Na ja, eigentlich nur K.O. Ja, Sasuke. Ähm, wieso sagt er gerade nichts? Einen Kampf müsste ich knapp noch schaffen. Wenn ich hier nicht die ganze Zeit nur so rum eile, sage ich mal so. Ich versuche hier immer die ultimativen Jutsus immer einzusetzen. Dann machen wir es mal kurz und schmerzlos. Oh, Oshimaru. Ich komme und hetze, mein Spiel spinnt grad. Ja. 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 Immer noch nicht tot. Jetzt aber. So. Jetzt spricht er wieder, aber vorhin ging es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ne, die sprechen irgendwie nicht. Ah doch. Keine Ahnung, was los ist. Manchmal sprechen die, manchmal nicht. Keine Ahnung. So, ich beende erstmal hier den Part und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao Leute.